Tag der Marco vom ehrlichen Essen. So, gehört es. So, nochmal. Kamera steht auch scheiße. Tag der Marco vom ehrlichen Essen. Scheiße. Tag der Marco vom ehrlichen Essen. Aua, scheiße Mann. Oder bei den Snackburgern dabei ist. Ach, was ziehe ich mir denn mittendrin im Ohr? Kinder. Was ist das denn? Tag der Marco vom ehrlichen Essen. Heute machen wir einen Aktionsburger Mach. Mach, Mach, Gemach, 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 Gemach. Ach, Tag der Marco. Hier, wie jetzt? Hier, jetzt, wie? Wie jetzt, wie? Wie jetzt denn? Warte denn jetzt, hä? Bist du Stress? Mann. Das war's schon wieder. Ja. Ich muss mir aber weiterer sein, verhassen. Tag der Marco vom ehrlichen Essen. Tag der Marco vom ehrlichen Essen. Ach, Mann, was ist denn hier los? Ich bin ja gar nicht gut. Und PS, guter Tipp, nicht den Löffel ablecken, der ist heiß. Tag der Marco, frisch zurück aus seinem Urlaub. Aus seinem? Ja, ja, ich bin ja auch King König, oder was? Blach. Tata, Teig, Teig weg. Teig, Teig weg. 45 Minuten. Uuuh, Wackelkamera. Das war's schon, Spiel. Spiel doch. Spiel doch. Perfekt. Die Zwiebeln. Perfekt. Perfekt. Ne? Plumps. Super Sache. Durstig. Und zwar, es ist Januar, draußen ist es, wenn wir ehrlich sind, ist es so warm, dass an den Meisenknödeln die Blumen sprießen. Aber egal, es ist Januar, es wird Zeit für den Big Rösti von McDonalds. Es ist wie einfach, wie schnell der Big Rösti... Blöde Ansage. Nochmal. Das Essen geht natürlich weiter. Ist ja klar. Stopp. Voll daneben. Der Pizza-Dip. Jetzt hab ich den ja gar nicht, weil ich fass ja... Oh, jetzt hab ich bespuckt. Ja. Pizza und Dip. Kannst du dich jetzt keiner was darunter vorstellen? Kann ich mir vorstellen? Kann ich mir vorstellen, müssen wir abziehen, dass es zweimal in diesem Satz vorgekommen ist. Das soll ich, das soll ich mal ganz... Das soll ich mal ganz... Pfff... Jetzt, wie das am Tisch aussah, jetzt hab ich schon wieder gespuckt. Von Sex und dann unseren Tortilla-Fladen. Möglichst heile. Ah, ich dödel. Da reinbringen. Das hat nicht gut geklappt. Den flick ich mir. Aber das seht ihr höchstens in den Outtakes. Mist. Der war so schön. Tach. Marco wieder in der Küche. Ne, das war blöd. Essen heute treffen wir uns bei mir in der Küche. Tun wir gar nicht. Ich bin ja ganz alleine da. Brille ist auch dreckig. Mh... Tach, der Marco. Heute ein neues Video. Schön, dass wir uns wiedersehen. Du und ich, das passt, würde ich sagen. Überhaupt habe ich hier auch sowieso die allerbesten. Alle, allerbesten. Allerbesten Zuschauer. Schleimscheißer Marco hat wieder zugeschaut. Tach, der Marco. Vermehrlich Essen. Wann ist das warm mit dem Licht? Spitzenmäßig hier. Neun T-Shirts. Jetzt juckt was im Auge. Das hat mir nicht gefallen. Das hat mir nicht gefallen, du. Das war nicht gut. Das kannst du besser. Oh nein. Das hat mir nicht gefallen. Das hat mir nicht gefallen. Das war nicht gefallen. Dann geht's mit dir. Vielen Dank.